Schön, dass du wieder hier bist. Ich habe, glaube ich, die halbe Nacht geheult, weil mich die Geschichte dieses Mannes so unglaublich berührt hat. Deshalb kam ich nicht umher, heute ein Video zu machen und diese Geschichte mit dir zu teilen. Es geht um diesen Mann, Sir Nicholas Wynton. Wer das ist und warum mich diese Geschichte so bewegt, darum geht es in diesem Video. Viel Spaß damit! Schön, dass du wieder hier bist und in diesem Video geht es um Sir Nicholas Wynton. Eventuell wirst du dir jetzt denken, wer ist das, wenn dem so ist, dann sei es dir verziehen, denn auch ich kannte ihn bis vor wenigen Tagen nicht. Ich hatte vor einigen Jahren bereits in den sozialen Medien einen kurzen Ausschnitt von ihm gesehen, und weiß, dass mich das damals auch schon sehr bewegt hat. Aber ich bin irgendwie darüber hinweggekommen. Ich glaube, ich habe auch noch gar keinen YouTube gemacht zu dem Zeitpunkt. Und gestern Nacht habe ich es wieder entdeckt und es hat mich so unglaublich berührt, was ich da gesehen habe. Ich habe gefühlt, die halbe Nacht geweint. Es hat mich so ergriffen, dass ich denke, dass diesem Mann enorm viel mehr Ehre gebührt, als er ohnehin zu Ende seiner Lebzeit schon bekommen hat. Es geht um Sir Nicholas Wynton. Sir Nicholas Wynton wurde 1909 in London geboren und wurde in einer Familie großgezogen, relativ erfolgreich, gut situiert, so wie ich recherchiert habe. War dann in der Bankenbranche aktiv, als Broker unter anderem in London, in Paris, auch in Deutschland. Und später wieder in London, das heißt, gut rumgekommen, hat auch gutes Geld verdient. Und es war dann Weihnachten 1938. Ich muss auch einmal nachlesen, ob das auch stimmt, was ich euch sage. Genau, da wollte er in einen Skiurlaub fahren. Und kurze Zeit vorher bekam er einen Anruf von einem Freund von ihm, der ihn anruf, dass er unbedingt mal in Prag vorbeikommen sollte, aufgrund der Umstände, die dort herrschten. Und spontan wie er war, cancelte er seinen Skiurlaub und machte sich auf den Weg nach Prag. Ich werde am Ende dieses Videos auch noch ein Video von ihm einblenden. Und in Prag angekommen, fand er folgendes Bild vor. Zum damaligen Zeitpunkt war Prag von jüdischen Flüchtlingen überlaufen. Das war zum Zeitpunkt der Sudetenkrise nach dem Münchner Abkommen. Das heißt, es waren ohne Ende Flüchtlinge in Prag und die kamen auch nicht mehr weg. Ihnen wurde die Ausreise verweigert. Und dieses Bild sah er jetzt vor. Er selbst war geborener Jude, also konnte er sich natürlich aufgrund seiner Herkunft ohnehin schon enorm mit diesen Leuten identifizieren. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, er wollte eigentlich in Skiurlaub, cancelte den Skiurlaub, fährt nach Prag, wollte da seinen Freund besuchen, sich das angucken und findet diese Situation vor. Innerhalb von wenigen Wochen dachte er sich, da muss jemand etwas tun. Und half insgesamt 669 jüdischen Kindern bei der Abreise von Prag nach London. Wie er das gemacht hat, war folgendes. Und zwar hat er eine kleine, ich nenne es mal Gesetzeslücke oder einen kleinen Passus entdeckt. Nach den Reichspogromnächten war das, dass die Einreise jüdischer Kinder bis 17 Jahre in England legitimiert wurde. Das Ganze nannte sich Refugee Children Movement. Also hat er einen Weg gefunden, auf legale Art und Weise die jüdischen Kinder weg von ihren Eltern, aber auch weg aus Prag ins sichere, in Anführungsstrichen, Britannien mit der Bahn zu leiten. Das erst mal war unglaublich, denn er musste nicht nur das alles organisieren in Prag innerhalb wenigen Wochen, die Abreise von fast 700 jüdischen Kindern, sondern er musste das Ganze auch schriftlich dokumentieren. Er brauchte von allen Unterschriften, er suchte nach Adoptiveltern selbstverständlich, in Britannien gleichzeitig, denn wenn die da sind und keine Ansprechpartner, keine Eltern oder ähnliches haben, dann wäre wenig gewonnen gewesen. Und das alles organisierte er innerhalb von wenigen Wochen. Jeder, der schon mal was organisiert hat, der weiß, was das alleine für eine Leistung war. Also schaffte er es unterm Strich, knapp 700 jüdische Kinder zu retten, die wiederum Kinder bekommen haben, die wiederum Kinder bekommen haben. Geschätzt sind heute in etwa 15.000 Menschen am Leben auf dieser Welt aufgrund von Sir Nicholas Wyndon. So, und das alleine ist schon extrem heftig, wie ich finde, aber das, was mich eigentlich so berührt hat, war das folgende. Denn nachdem er fast 700 Menschen rettete, sprach er 50 Jahre lang nicht über seine Tat. 50 Jahre lang sprach dieser Mann nicht darüber, dass er 700 Menschenleben gerettet hat. Durch Zufall, 50 Jahre später, räumte seine Frau deren gemeinsamen Dachboden auf. Während des Aufräums fand die Frau, ich werde jetzt schon wieder emotional, wenn ich nur darüber rede, weil unsere Gesellschaft heute ist so oberflächlich geworden, so schnelllebig geworden, so... Irgendwer gibt jemandem 5 Euro und erzählt es direkt der ganzen Welt, weil viel mehr der eigene Mensch im Vordergrund steht, als das eigentliche Geben. Wir werden immer gefühlt egoistischer im Kollektiv. und dieser Mann sah es noch nie einmal für notwendig an, darüber zu reden. 50 Jahre später fand seine Frau durch Zufall auf dem Dachboden ein Buch, wo alles dokumentiert war, jedes Foto, jedes Kindes, eine komplette Liste mit Namen, Vornamen etc. Und seine Frau veröffentlichte dies. Und zwar ging seine Frau zum Fernsehen, 1988 war das, oder 1987, und gab dieses Buch einer Redakteurin. Und es war im Jahr 1988, als Sir Nicholas Winton dann eingeladen wurde, in diese Fernsehsendung, unter Vorbehalt. Das heißt, er wusste, es geht irgendwie ein bisschen um, darum, was er getan hat. Er wusste aber nicht genau, was ihn erwartet. Und ab diesem Moment würde ich dieses Video gerne mit euch zusammen anschauen, denn es ist einfach, es ist unglaublich. So, ich werde es hier mal anmachen. Der ältere Herr mit der Brille, das ist Nicholas Winton, und die Dame daneben, eine der Kinder, die er gerettet hat. Und man muss dazu sagen, diese fast 700 jüdischen Kinder, die gerettet wurden, die wussten zum Teil, es gab damals kein Internet wie heute. Es ist heute undenkbar, dass wenn irgendwas Krasses in Amerika passiert, dass ich nicht vier, fünf Stunden später was davon mitbekomme. Das war damals nicht so. Da müssen sich die Zuschauer, die hier zehn Jahre jünger sind, erst mal reindenken. Diese jüdischen Menschen wussten zum Teil 50 Jahre lang nicht mehr, wer sie überhaupt gerettet hat, wie sie überhaupt dahin gekommen sind. Die wurden zum Teil mit zwei, drei Jahren aus Prag nach London abtransportiert quasi, kamen in andere Familien, und sie wussten nicht warum, wieso. Sie konnten es nicht recherchieren und Nicholas Winton hat ja auch nicht wirklich darüber gesprochen. In einem Interview wurde er gefragt, warum er 50 Jahre geschwiegen hätte und er sagte einfach, ich habe nicht darüber geschwiegen, ich habe nur nie darüber gesprochen. Und das muss man sich mal vorstellen. Und schauen wir mal weiter. Und ich muss euch sagen, dass ihr eigentlich sitzt neben dem Nicholas Winton. Hallo. Und es war einfach so wunderbar, so terribly, terribly touching. Kann ich fragen, ist da jemand in unserer Audience heute und jetzt wird gefragt, wird natürlich vom Fernsehen seinerzeit vorbereitet, 1988, ob es außer ihr, also der direkten Nachbarin, weitere Menschen gab, die ihr Leben, Nicholas Winton, zu verschulden haben. Und dann passierte das. So, could you stand up please? Und dann geht's. Das ist ein Einzelnen, das ist ein Einzelnen. Das ist ein Einzelnen, das ist ein Einzelnen, das ist ein Einzelnen. Ja, das ist die Geschichte von Sir Nicholas Winton. Ich bitte dich darum, diese Geschichte zu teilen. Es gibt viel mehr Menschen, die das wissen müssen, gerade in der heutigen Zeit. Wir müssen viel mehr anfangen, an unser Gegenüber zu denken und für mich ist Nicholas Winton auch das beste Beispiel für ein spirituelles Leben, denn spirituell zu sein heißt auch, dass man das Richtige tun kann. Das Richtige tun kann in dem Moment. Er sah die Situation in Prag vor, er wollte eigentlich in Skiurlaub, hat gesehen, was nicht stimmte, behielt den Klankopf und suchte eine Lösung. Viele Menschen in der damaligen Zeit, und auch das ist mehr als normal, natürlich drehten durch. Die wurden verrückt, die wussten nicht mehr weiter, wurden hysterisch, wussten nicht, was sie tun sollten. Das Problem ist, aus dieser reaktiven, hysterischen, emotionalen Haltung heraus hat man keinen klaren Kopf, um Antworten zu finden. Und genau das ist etwas, was Nicholas Winton hatte und was Nicholas Winton umgesetzt hat und somit diese Menschen retten konnte. Das heißt, auch wenn bei dir im Leben irgendwas passiert, irgendwas Dramatisches, irgendwas Traumatisches, versuch die Ruhe zu bewahren, wenn du emotional bist, wenn du hysterisch wirst, etc., reagiere nicht direkt. Settle dich erst, komm wieder zu dir, finde wieder zu dir und aus dieser Klarheit heraus, handle. Dann wirst du die Ergebnisse in dein Leben ziehen, die du auch in dein Leben ziehen möchtest. Und du kannst dir sicher sein, dass du das Richtige tun wirst und nicht Sachen tun wirst, die aus irgendwelchen Emotionen wie Wut, Zorn, Hass, Neid oder ähnliches resultierten. Vielen Dank.